Ersatzverkehr Auf der Zugstrecke zwischen Cottbus und Berlin kommt es am kommenden Wochenende zu großen Einschränkungen. Grund sind Bauarbeiten der DB Netz AG. Deswegen fahren vom 25. Januar bis 31. Januar zwischen Königs Wusterhausen und Berlin-Ostkreuz in beide Richtungen keine Züge. Ersatzverkehr ist eingerichtet. Ab Montag müssen Fahrgäste dann zwischen KW und Ostkreuz die S-Bahn nutzen. Beliebtes Reiseziel Der Spreewald zählte auch 2019 zu einem attraktiven Urlaubsort. So gab es zwischen Januar und November über 2 Millionen Übernachtungen. Das ist laut dem Amt für Statistik in Berlin und Brandenburg ein Plus von 6,5 Prozent. Über 750.000 Besucher haben zwischen Januar und November den Spreewald besucht. Große Ehre für das Kindermusical Das Cottbusser Kindermusical spielt bei Beat It mit. Das Musical über Michael Jackson kommt nämlich nach Cottbus. Der Abschlusssong Heal the World wird vom Kindermusical begleitet. Die Aufführung ist am 8. Februar um 20 Uhr in der Stadthalle. Das Musical über Michael Jackson Das Musical über Michael Jackson